Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Jäger Sin Hunter. Und ja, der Gegner hier ist Respawned, den wir in der letzten Folge nicht mehr bekommen haben. Und entsprechend habe ich die Folge jetzt einfach mal straight gestartet, ohne dass wir unseren hübschen Sin Hunter anschauen. Was müssen wir denn hier noch machen? Jäger Leopold. Tötet Jäger Leopold. Wo soll der denn sein? Klingt nach einem Fernkampf. Hm. Ich bin mir nicht sicher, Freunde. Ich bin mir nicht sicher. Das könnte sein, dass der oben irgendwo ist. Wir können da jetzt mal kurz zusammen nachgucken. Ich laufe da jetzt aber einfach mal straight hoch. Ja, da ist Jäger Leopold. Den schnappen wir sofort. Sin Hunter, sag ich schon. Hubschrauber könnte natürlich uns hier so ein bisschen behüblich sein. Willkommen ich auf Sin Hunter? Holy Shit. Oh, Vipern. Okay. War ich das? Viperngift? Nö. Vipern. Wo kamen die denn her? Ist auch egal. Wir haben unglaublich viele Quests erledigt. Kommen wir von hier oben da runter? Ja, tun wir. Dann springen wir einfach mal runter. Bam. Geben mal alle Quests ab. Was kann ich für euch tun? Das sollte, denke ich, ein Level-Up geben. Zornwirker, 6000. Jäger, 6000. Und als letztes noch einen Kopf, ein Kettenkopf. Da haben wir aber unser Erbstück. Dementsprechend lassen wir das mal. Das können wir nehmen. Tatsächlich, Level-Up. Wunderbar. Meldet euch bei Erzmagierin Angela Dosantos in Türs Hand. Und das machen wir natürlich. Und da das in der... Oh, fuck. Jetzt habe ich hier vergessen, meine Stopp-Uhr zu starten. Gut, dann machen wir von jetzt an einfach noch 15 Minuten. Ich denke, das hat so knappe 5 Minuten gedauert. Schauen wir mal, was wir hier hinten noch machen können. Hallöchen, mein Lieber. Was hast du denn für Questions? Sieg im Inneren und der Assassine. Okay. Öffnet das Portal in der Halle der Waffen und Rohan den Assassinen getötet. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir flott zu Rohan, dem Assassinen, kommen. Die Frage ist, wo der ist. Ich würde auch gern fix die Portale öffnen. Ich glaube, das können wir direkt so mit Anklicken machen, oder? Ja, das ist geöffnet. Wunderbar. Die dürften uns jetzt auch helfen. Die zwei können wir hier auch nochmal ganz schnell töten. Die wollten sich jetzt nicht unbedingt von den NPCs wohl anspotten lassen. Hm, ich könnte mir vorstellen, dass der Rohan oben ist. Wir laufen da einfach mal hoch. Also ganz oben. All diesen Abteien hier gibt es ja meistens nochmal ganz oben so einen kleinen Raum. Das sieht auch ganz danach aus. Ich hoffe, dass hier gerade keiner questet. Nee, der ist tot. Alles klar. Das ist schade. Nee, ist er gar nicht. Der war einfach nur unsichtbar. Alles klar. Jetzt habe ich nämlich gewundert, dass sein Lebensbalken nicht angezeigt wird. So, bam. Easy going. Sehr schön. Und dann müssen wir nur noch das zweite Portal öffnen. Und dann dürften wir hier eigentlich fertig sein. Müssen wir nur mal ganz kurz gucken, wo das war. Gerade eben waren wir hier drin, ne? Dann müssen wir, denke ich, einmal looten. Genau. Und dann einmal da hinten in den Seitengang rein. Nee, da ist nichts. Hubschrauber, komm mal mit. Halt dich nicht so lange an irgendwelchen Gegnern auf. Die uns nichts bringen, mein Lieber. Wir müssen nämlich hier hinten ein Portal öffnen. So, alles klar. Wie schaut's aus? Ja, den können wir uns hier direkt schnappen. Bam, wunderbar. Da können wir hier, denke ich, raus. Schauen wir mal. Hier geht's raus, gell? Ja, sehr gut. Äh, hier so, genau. Mal gucken, was wir hier noch erledigen müssen. Ich denke mal, nicht allzu viel. Wenn er nur zwei Quests für uns hatte, hat er nur zwei Quests für uns. Rohans Maske, Lederkopf, brauchen wir nicht. Hm, das. Werdet euch bei Erzmagierin, Angela, irgendwas. Okay. Und ich denke mal, dass wir dann noch da in das Riesenschloss rein müssen. Tötet Kreuzfahrer-Lord Valdamar. Denke einfach, dass er da hinten drin ist. Genau. Wir laufen da jetzt einfach straight rein. Wenn uns irgendwelche Gegner folgen, folgen sie uns. Das sollten wir, denke ich, überleben. Oh, er ist tot. Okay. Schade. Dann töten wir einfach derweil noch ein paar andere Gegner. Achso, ja, Hubschrauber kann uns natürlich helfen. Ich hoffe jetzt nur, dass uns keiner wegschnappt. Wenn der jetzt gleich respawnt. Beziehungsweise, dass ich selber schnell genug bin. Ich hoffe echt, dass der nicht lange auf sich warten lässt. Ich mag hier jetzt auch nicht unbedingt unnötig rumschnibbeln an den Videos. Na ja, wir töten da einfach derweil noch... Genau. Sehr gut. Ist auch optimal. Ähm, wir töten ja einfach derweil noch die anderen Gegner. Können wir den eigentlich auch? Ja, wir können ihn so ein bisschen benommen machen. Das ist cool. Wunderbar. Damit haben wir ihn auch erledigt. Sehr schön. Dann können wir hier raus. Ich denke, dann sind wir auch hier im Süden soweit fertig. Wir könnten noch dieses Gebiet aufdecken. Das ist das Startgebiet der Todesritter, die mit Stufe 58 starten. Beziehungsweise 55. Und bis 58 sind sie halt in ihrem eigenen Gebiet und lernen ihre Skills so langsam mal kennen. Ähm, aber das bringt nichts, weil wir denn die schwarze Festung hier oben nicht aufdecken können. Also wenn es uns ums Aufdecken geht, bringt uns das überhaupt nichts. So, dann gehen wir hier mal raus. Mal gucken, was wir hier oben noch erledigen können. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch zu Fiona am Lichtschild, äh, Lichtschildturm gehen. Am Ostwaldturm. Nee, wir müssen definitiv noch zu Fiona gehen. Genau. Also ich gehe stark davon aus, dass Fiona noch hier ist. Das meine ich damit. Und wir die Karawane selber quasi antriggern müssen, dass die zum nächsten Turm weiterläuft. Wobei, es uns wird angezeigt, dass die Karawane da oben ist. Okay, dann haben die das scheinbar ohne uns gemacht. Hm, komisch. Können wir gleich auf jeden Fall mal gucken. Jetzt aber erstmal zur Kapelle. Sehr schön, wenn wir in der Folge noch, äh, noch ein Level schaffen würden. Das wäre richtig geil. Mit 45 muss ich dann tatsächlich mal gucken, wo wir hingehen. Aber ich nehme jetzt am Sonntag vorher auf. Das heißt, ich nehme jetzt quasi eine Woche vorher auf. Das heißt, bis diese Folge online geht, habe ich mehr als genug Zeit, um zu entscheiden, wo wir ab 45 hingehen. Ähm, Beweglichkeit, Ausdauer. Würde sagen, dass wir Ehrenschlagband ersetzen. Seid auf dem Ehrenschlagband. Lass mal gucken. Das hier. Genau, wunderbar. Jo, dann sind wir hier soweit fertig. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Fiona tatsächlich schon beim nächsten Turm ist. Was haben wir denn jetzt da wieder für eine Quest? Ja, was wollt ihr? Äh, fliegt auf der Ungebuttbahn ins Ödland und meldet euch dort bei Eddie Flowfizzle. Okay, so wie es aussieht, ist unser nächstes Ziel das Ödland. Das heißt, wir können da einfach aufsteigen. Alles klar. Gut, dann wissen wir, was wir ab Stufe 45 machen, nämlich im Ödland weiter questen. Ist sogar eine sehr, sehr gute Option, weil wir da eben auch noch mit keinem anderen Charakter waren. Von dem her passt sich das sehr, sehr gut. Können wir jetzt nochmal gucken und hoffen, dass wir in der Folge noch 45 werden. Da kann ich nämlich schon mal alles vorbereiten. Das könnte tatsächlich noch hinhauen. Wir haben 13 Minuten noch in der Folge. So, einmal rüber und Fiona ist tatsächlich schon hier. Okay. Das wundert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht eigentlich, dass wir da bei dem Turm noch jemanden suchen, der mit uns mitkommt. mit der Karawane. Ja, die ist tatsächlich schon hier. Komisch. Gelegenheitsallianz Agentumruf Nordtal. Gut, die hat erstmal nichts für uns zu tun. Dann nehmen wir uns mal hier die Quest an. Leichnam vom Kriegsjahr Thresh Jean. Okay. Blutschlinger. Alles klar. Möge das Licht 50 Moos-Schinder-Augen. 30 Moos-Schinder-Augen. Oh, hier haben wir noch eine Quest irgendwo. Da. Tötet Ixlar den Unterfürsten und 10 seiner Diener. Alles klar. Flugpunkt vielleicht auch noch ganz schnell aktivieren. So, was müssen wir machen? Wir müssen einmal nach Norden. Ixlar und Blutschlinger. Alles klar. Ich hoffe mal, dass Blutschlinger öfter spawnt. Wenn jetzt immer noch andere Leute hier questen, dann ist das ein bisschen doof für uns. Wache der Geißel. Okay. Oh, Mithril. Sehr schön. Unser erstes Mithril. Zeit wurde es auch, ehrlich gesagt. Das ist sogar schon gelb. Das ist nicht mal mehr orange. Also wir sind im Prinzip auch schon wieder drüber. Vom Level her. Wenn man es ganz genau nimmt. So, Blutschlinger soll irgendwo hier sein. Sehe ich jetzt aber erstmal nichts, um ehrlich zu sein. Blutschlinger. Markieren wir das mal. Ähm. Hm. Ah, da unten ist er. Und yes, wir haben ihn bekommen. Sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, Freunde. Knochen animieren. Ne, das unterbrechen wir mal. Das möchte ich nicht mal lieber. Sehr gut. Dann können wir den Knochen kaputt machen. Wunderbar. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass hier noch ein paar andere Leute sind. Ist das auch Mithril? Ja, Mithril, das nehmen wir natürlich. Das lasse ich da oben sicher nicht liegen. Das sind kostbare Erfahrungspunkte, Freunde. Beziehungsweise Skillpunkte für Bergbau natürlich. Wunderbar. Dann können wir mal gucken, wo ist Ixlar. Ixlar soll da hinten irgendwo sein. Alles klar, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Schlottergolem. Da ist Ixlar, der Unterfürst. Hm. Da können wir schon mal einen von seinen Dienern töten, denke ich. Dann schnappen wir dich auch noch. Und euch auch noch. Was soll denn der Geiz? Jetzt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mit Hubschraubbär an unserer Seite sollte das eigentlich klappen. Jetzt sollten wir ihn aber mal heilen. Sehr gut, zwei von zehn. Okay. Es läuft eigentlich ganz okay. Wollen wir definitiv nicht meckern. Und Ixlar lebt wohl wieder. Das sehe ich nämlich hier oben. Deswegen reiten wir da mal ganz schnell hin, bevor er uns wieder weggeschnappt wird. Ähm. Ach, da hinten ist er. Jetzt haben wir hier zwar ziemlich viele von seinen Lakaien, aber wir sollten das schon irgendwie hinbekommen, denke ich. Wir können natürlich Hubschraubbär. Oh, das sind richtig viele, Freunde. Ich denke, ich werde mich gleich mal totstellen müssen. Ja, ich werde mich totstellen. So, Hubschraubbär könnte jetzt, denke ich, ein bisschen was erledigen. Wir schauen ihm jetzt einfach mal zu, während er hier so ein bisschen aufräumt. Beziehungsweise Aggro sammelt. Ich denke, das passt sich schon, oder? Ja, das sollte passen. Jetzt können wir ihn wieder heilen. Jetzt müssen wir halt wirklich nur hoffen, dass sich das ausgeht. Dass wir allesamt nicht zu viel Schaden fressen. Okay. Ich glaube, das haben wir soweit geschafft, Freunde. Ascarabeus, okay. Das war zwar riskant, aber mit Todstellen zusammen ging das eigentlich sehr, sehr gut. X-Last Diner brauchen wir noch. Okay. Schnappen wir ihn noch. sah jetzt kurzzeitig echt ein bisschen riskant aus. Also, ich habe wirklich sehr viel Leben verloren. So, wunderbar. Dann schauen wir mal, was wir noch machen müssen. Moos-Schinder-Augen. Können wir eigentlich direkt mal hinlaufen. Vielleicht schaffen wir das in der Folge auch noch. Leichnam vom Kriegsherr Thresh-Gin. Mit den allen abgegeben könnte das tatsächlich klappen. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Laufen wir mal hier hinten hin, dass wir da gut hinkommen. Da ist zwar auch mit Drill gewesen, glaube ich, gerade, aber ich lasse das jetzt einfach mal liegen. Ich hoffe, ich bin hier richtig, weil das eher falsch aussieht. Ich glaube, der Aufgang dafür ist irgendwo anders. Dahinter. Schauen wir einfach mal, ob wir von hier rankommen. Ja, tatsächlich. Sul-Mashar. Und die Troll-Musik, die wir alle so gern haben. Moos-Schinder-Augen. Ich hoffe einfach mal, dass die jeweils zwei oder drei oder was weiß ich wie viel tropfen. Tatsächlich zwei Stück, das heißt 15 Gegner töten. Das sollten wir eigentlich ziemlich flott hinbekommen. Ich würde aber sagen, dass wir uns erst Thresh-Gin schnappen, bevor ihn uns irgendjemand anderer wegschnappt. Tatsächlich zwei Augen pro Leiche, das ist wunderbar. Denke mal, Thresh-Gin ist ganz da oben. Ja, laufen sie halt nicht hinterher. Ich werde da jetzt auf jeden Fall straight hochlaufen. Wenn uns Gegner folgen, folgen sie uns, das ist mir wurscht. So, erstmal ihn hier. Ich mache mal totstellen, dass sie die anderen angreifen. das sollte reichen. Sehr gut, er ist tot und hat sogar auch Augen gedroppt. Sehr gut. Was können wir hier abgeben? Ziggurat. Bla. Alles klar, hinein in die Flammen. Werft den Leichnam von Leiche von Kriegsherr Thresh-Gin verbrannt. Okay. Machen wir das einfach mal. Ich hoffe, die Gegner hier rundherum stören uns da nicht so sehr. So, wo haben wir denn die Leiche? Da haben wir die Leiche. Sehr gut, war es das schon? Das war es tatsächlich schon. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch 24, 12 Gegner töten. Alles klar, das ist erledigt. Vier Augen, sehr gut, dann wollen wir nur noch 10 Gegner töten. Und dann haben wir hoffentlich genug Quests, um noch ein Level abzuschaffen. Das wäre natürlich richtig geil. 43 bis 45 in einer Folge. Okay. Okay. Gegner sind auf jeden Fall genug da. Also ich denke mal, das könnten wir packen. Ansonsten machen wir es halt morgen, in den ersten paar Minuten der morgigen Folge. Das ist ja soweit eigentlich kein Problem. Wobei das mit dem Fokus ein bisschen nervig ist. Früher konnte man halt wirklich alles mögliche spammen, wenn man genug Mana hatte. Und jetzt ist das halt mit dem Fokus, ja gut. Man kann halt immer nur so viel Fokus ausgeben, wie man hat. Klingt einleuchtend, oder? So, schauen wir mal. Fünf Gegner müssen wir noch töten. Dann nehmen wir einfach mal die drei hier. Oh, ich bin verwandelt. Okay. So, mal schauen. Zwei Augen brauchen wir glaube ich noch, oder? Vier Augen brauchen wir. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir nur noch fünf Gegner brauchen. Oh, da hinten ist auch noch einer gespawnt, okay. Aber ich denke, mit den beiden haben wir es dann. Ach Gott, jetzt fehlt uns ein Auge, oder was? Das ist ja sehr ärgerlich. Nehmen wir mal ihn hier an. So, ich habe den Gegner hinter uns gesehen. Das Blöde ist, wir kommen hier jetzt gerade nicht weg. Ärgerlich, ärgerlich. Totstellenmitte. Ah ja, sehr gut. Den haben wir jetzt komplett verarscht. Der geht jetzt nicht mal mehr auf Hubschraubbär, so wie es aussieht. Alles klar, gehen wir mal alle Quests ab. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir hier tatsächlich ein Level abschaffen. Das wäre, glaube ich, das erste Doppel-Level-Up, was wir in einer Folge schaffen. Das wäre ein, äh... Wie nennt man das? Jetzt komme ich nicht drauf. Hm. Ich sollte heute vielleicht tatsächlich mal aufhören aufzunehmen. Mein Deutsch ist heute unter aller Sau. Definitiv. So, die zwei Ärzte, die ignoriere ich einfach mal. Das juckt uns gerade nicht. Eine Premiere. So. Ich wollte die ganze Zeit ein Jubiläum sagen, aber Jubiläum ist ja erst, wenn irgendwas passiert ist nach einer bestimmten Weile, dass es quasi nochmal ist. Aber, ähm, ich meinte natürlich eine Premiere, wenn wir ein Doppel-Level abschaffen. So, dann gucken wir mal. Dankeschön, dass du den an dich bindest. Ich brauche den nämlich nicht. Wie viel fehlen uns denn noch? 40.000, nicht mal 36.000. Bei vier Quests. 36.000. 9.000 pro Quest. Das wäre dann ausreichend. Na, das hat nur 6.000. Okay. Ausdauer ausweichen. Kette. Kettenhände mit Beweglichkeit. Okay. Das ist schön. Der Gürtel ist wunderbar. Die nehmen wir mal. Ja, was wollt ihr? Hm, Stopflieder. Braucht man nicht. Nehmen wir das hier. Gibt uns fast ein Gold. Dann können wir hier noch was annehmen. Such nach Gidwin-Goldzopf und Nordstal. Okay. Das Glück sei mit euch. Und ja, für ein Level-Up hat es leider Gottes nicht gereicht. Ich würde aber sagen, wir haben trotzdem einiges erreicht in der Folge. Und zwar knapp 1,8 Level, glaube ich. Und das passt sich vollkommen. Dann machen wir einfach die 45 in der nächsten Folge voll. Und machen uns dann, denke ich, auch direkt auf den Weg ins Ödland. Und ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns dann morgen um 14 Uhr in Folge Nummero 46, wo es dann hoffentlich ins Ödland geht. Bis dahin. Ciao.